So heute will ich mal meine Stoßstangen vom Transporter färben und habe ganz normale Transporter Stoßstangen dran in Grau und wollte die jetzt nicht lackieren lassen und folieren soll wohl auch nicht so der Bringer sein bei Stoßstangen und habe mir da jetzt so ein Kunststoff Färber besorgt habe das schon in anderen Forums gelesen dass das wohl ja nicht so schlecht ist und das will ich heute mal machen so das Zeug das wird mittels Schwamm aufgetragen und das ist das Zeug Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox, falls jemand Interesse an das Zeug hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.